Hallöchen und damit herzlich willkommen mit stets auf zack auch gepackt und wir befinden uns immer auf den Weg zu unserer Hauptquests, wo wir natürlich hier mit uns Mentor Agar Krall treffen müssen und auf den Weg hier hin befinden sich hier so kleine Orgas, die wir erstmal hier plattmachen müssen, weil wir uns sozusagen den Weg hier verspielen. Au, da hat er mich jetzt gerade umgeboxt. Der Drecksack, der Drecksack. So, ich hoffe, das war jetzt hier der letzte, aber ich glaube es nicht. So, hier ist wieder eine Abzweigung. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier lang laufen müssen. Ob wir jetzt hier lang laufen müssen? Ja, unsere Karte sagt eigentlich, dass wir hier lang laufen müssen. Ach Mann, dann rennen wir jetzt auch mal hier lang. So, den müssen wir hier wieder unboxen. Wir machen jetzt einfach mal aus einer letzten Folge von Dros machen wir eine Unboxing-Folge und nennen das einfach mal Unboxing-Orga-Jäger. So. So, dann werden wir hier mal lang pürschen. Laut Dings sagt er, wir müssen hier lang. Aber laut Karte, da lang. Was ist das für ein Schmuh? Wir müssen... Achso, sie ist... Hä? Das ist jetzt hier irgendwie über die Brücke oder was? Oder wo? Ach. Dann werden wir mal hier den auch noch wegdonnern hier. Ja, nebenbei, während wir hier uns hier den Orgern hier rütteln, machen wir aus Versehen oder versehen nicht eine jetzigen Quest hier fertig. Die ist eigentlich gar nicht so beklant ist, aber egal. Hälfte den Asche-Legionen beim Kampf gegen die Orga. Für nicht die Orga und Orga-Tiefgefährten zerstören Orga-Häuser, Tome, faire Vorräte und Waffenstellungen. Ja, das ist im Prinzip die Quest, die so ist. Komme ich jetzt hier noch rein? Ach, ich muss das Tor zeladen. Ja, genau. Wir müssen hier das Tor jetzt hier mal ein bisschen bearbeiten, um uns da einen kleinen Zutritt zu verschaffen. So. Ey, das dauert mir zu lange. Ich nehme jetzt hier die Granaten. So. Bam, los hier, Granaten. So. Und da haben wir sie schon weggesprengt. Wenn wir hier mal ein bisschen... Aua. Was ist das die Art hier? Juhu, wir haben die Quest erledigt. Finde ich ja nice. Ich muss jetzt hier mal schnell gucken. Wir müssen nämlich hier durch, um dazu unsere Hauptquests zu kommen. Und wir sind nicht mehr weit entfernt. Also, wenn wir uns hier mal... Äh, vorwärtsprügel. Ich denke nicht, dass ich den da schaffen werde. Da ist nämlich ein Champion Orga-Häuptling. Die Silver, die mich hier schon umkloppen. Und die sind Level 43. Welches Level ist er? Er ist auch Level 43. Die werde ich nicht schaffen alleine. Ich werde erst mal zu der Wegmarke hingehen, um mich ein bisschen... Äh, ja. ...abzusichern. Guten Tag. Alter. Hier ist nichts mit Schlachtbeginn. Hör mal auf. Blöden Vieh hier. Ist denn das eine Art hier, oder was? Alter, diese Orga, die kloppen einen auch wirklich um hier. Das ist ja sagenhaft. So, was habt ihr davon? Letztendlich liegt ihr doch auf der Seite. Hättet ihr mich ganz einfach mal, äh... gewähren lassen, den Weg... ...wär euch das nicht passiert. Aber wer das eine liebt, muss das andere mögen. So, da greift mich auch schon der Peitschenverschlänger an. Der guckt mich schon so doof in... ...schon so doof an hier. So, der ist schon tot. Können die nicht ein bisschen schneller zusammensacken? Ich denke, hier lebt noch. So, alter, was denn das denn viele Monster hier auf den Feldern? Möchte ich gar nicht wissen. Oh, die sind schon Level 45. So, wir haben aber nichtsdestotrotz hier erstmal Post gekriegt. Oh, was war das denn hier? Oh, war aber lange gedauert. So. Aber Schleichpranke. Wie ein Schatten. Danke für eure Hilfe mit den Orga, Maria Next. Ihr stellt euch geschickt an, als vielem meiner besten Kämpfe... ...Gefährten. Oder Kampfgefährten. Wir haben Glück, euch auf unserer Seite zu haben. Ja. Das sehe ich, glaube ich, ehrlich gesagt genauso. Und wir werden jetzt hier mal... ...unser Ballonung entgegennehmen... ...und haben ja jetzt hier diese... ...Wegmarke. Ich werde hier mal ein kleines Stück hochrennen. Da können wir hier mal die Steppe ein bisschen freilegen. Oder auch nicht. Steppe freilegen. Steppe freilegen. Jetzt hat er die Steppe freilegen. Sehr schön. Eglos weiterentdeckt. Ei, 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 ei. Aber hier möchte ich ehrlich gesagt... ...noch nicht wirklich... ...weiter vorangehen. Aber so wie ich das kenne... ...wird sich unsere Quest bestimmt dort... ...irgendwie in der Richtung... ...ja, hinführen. So, wir müssen jetzt mal hier... ...vorne diese Viecher hier wieder töten. Was ist das hier? Schwarzer Raptor. Leider will ich zum Schluss... ...kümmert sich... ...um. Da hat sie... ...hat er mich zum Schluss doch nochmal gekriegt, der Sack. Und ich habe schon so... ...ein bisschen Abstand gehabt. Hat nichts gebracht. Naja. So, was haben wir hier? Fleisch- oder Felsfledermose. Hoffentlich sind die ein bisschen freundlich hier gesonnen. Nicht so arg hoch. Ja, ja, ja. Quiekt doch nicht so rum hier. So. Da vorne ist auch unsere Hauptquest. Bei dem werden wir hier auch nochmal schnell erledigen, weil der ist nicht gefährlich und nah am Rücken. Der wird da nachher an einem Tor stehen. So. Hoffentlich kommen wir da jetzt auch rein. Ach, wieder ein Ort zu durchwandern. Aragral erdeckt. Betretete Instanz, natürlich. Ungezähmte Wildnis. Jetzt können wir anfangen. Der amtierende Häuptling will mit uns reden. Aber achtet auf jeden eurer Schritte. Die Wachsamen möchten mit eurem Häuptling über die Massen gebrannt magter Kreaturen reden, die euren Kral heimsuchen. Uldeck der Ungestüme ist unser Häuptling. Aber er ist nicht da. Ich bin Lagula und spreche für meinen Kral, bis Uldeck wiederkommt. Aber ich habe keine Lust mit Fremden zu reden. Was ist, wenn wir ihn für euch finden? Redet ihr dann mit uns? Aber ja, wenn ihr Uldeck findet, ist der ganze Kral euch dankbar. Er war beim Brand auf Erkundung, als er verschwand. Ein paar von uns gingen ihn suchen, kamen aber nie zurück. Finde doch sie, wenn ihr könnt. Hätte Uldeck doch nur auf mich gehört. Wir haben schon öfter versucht, der Brandmärkte zu zähmen. Aber es endet jedes Mal in einem Wart. Diese Wesen sind definitiv dickköpfig. Hartnäckig, wollte ich sagen. Ich mag sie nicht. Aber das bewundere ich an ihnen. So. In Richtung Flammenkammersteppe verlassen. Findet den Suchtrupp, der auf der Suche nach Häuptlingen Uldeck war. Findet den vermissten Ogersuchtrupp im Brand. Aha, im Brand. Also müssen wir hier sozusagen erstmal wieder zur Flammensteppe zurück. Denke ich mir mal. Und dann... Werden die auf der Seite sein hier. Ha! So ein Scheiß. Also doch hier in der Steppe. Und ich wollte da doch gar nicht hin. Und du musst dich doch hier in die Ecke rein. Ungezähmte Wildnis. Na ja. Na ja. Wir werden unser Bestes versuchen. Ansonsten... Müssen wir... Kapitulieren. So. Erstmal hier Fliedermäuse ein bisschen einheizen. Aber das gefällt mir gar nicht so, dass wir hier mit den Ogern da irgendwie angeblich gemeinsame Sachen vielleicht machen. Ich denke mir mal, dass wir da... Ja, auf Granit stoßen werden. Und wir werden bestimmt reingelegt. Denke ich mir mal. So, jetzt müssen wir doch gegen diese Berserker hier kämpfen. So wie es ausschaut. Mal gucken, wie stark die sind. Die sehen ganz schön püschig aus. So hier auf diesem Bild. Oh. Der hat was Grünes fallen lassen. Das ist ja mal nice. Was haben wir denn da? Und zwar haben wir eine... Veredelte Piratenwarmes. Der Flammenlegion. Ist leider ein bisschen schwächer wie meins. Hat bis 115 Verteidigung. 31 Kraft und 2% Krieg. Mit dem politischen Schaden. Müssen wir zu Geld machen. Geht ja gar nicht anders. So, wie kommen wir denn da so hin? Ah, dann müssen wir hier irgendwie... Irgendwie müssen wir hier so lang. Also wir müssen ja hier rein. Wie heißt das Ding? Rockenabendschwinde. Ja, Popenabendschwinde. Hab ich mich doch nicht verlesen. Ja, hier müssen wir im Prinzip jetzt rein. Und müssen... Oh, da hat die Hähne das arme Häschen gekillt. Was ein Arsch. Müssen hier so mal irgendwie... Ei, 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 ei. Die sind ja auch eklig. Aber der Kristall ist cool. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal hier unseren Weg bahnen. Ach, hier und bei diesem Typen wäre hier wieder eine weitere Fähigkeit zu holen. Ich denke mal, das werden wir aber... Spiele mal machen, weil hier sind nämlich ganz schön viele Mobs. Und wir werden uns aber erstmal unseren Quests widmen. Und das andere lassen wir erstmal außen vor. Aua. So. Kriege ich hier die verledigt. Wir werden mal probieren. Na los, schlag mich und ich schlage zurück. Ja, ja. Ich weiß, dass du zurück schlägst. Aber... Alter, das ist doch zum Kotzen. Diese Peitschenschwanzverschlinger, die mochte ich ehrlich gesagt noch damals so gut. Was ist eins nicht? Die sind mir irgendwie... Äh... Ja. Scheiße halt. So, wir werden mal hier oben lang pürschen. Mal sehen, ob ich irgendwie hier rumkomme. Na los, deck dich schon auf. Wir könnten ja von der Seite hier einmarschieren. Falls nicht da irgendwie... ein Felsen im Weg ist. So. Mal auf die Karte gucken. Kraterrand. Und wenn wir jetzt hier so einlaufen, dann dürfte eigentlich... Ja, hier in der Nähe halt... das sein, was wir brauchen. So, wir werden einfach dann mal hier rüber laufen. Boah, jetzt wird es, glaube ich, gleich wieder duster. Hier wird es schon so komisch. Alter. Ich sehe es schon von Weitem, diese Nebelwand. Ist ja ekelhaft. Da vorne sehe ich auch schon die Hauptquest. Oder unser kleines Instanz-Ständchen. Und ich denke mir mal, dass wir bestimmt hier in diese Nebelwand, Wand rein müssen. Aber erstmal gehe ich hier mal vorbei und werde mal... gucken hier... Ah, ein neuer Horizont. Ein neuer Horizont. Ah, hier ist nämlich die Wegmarke. Gut, die nehmen wir gleich mal mit. Falls wir doch hier drauf gehen sollten, damit wir nicht zu weit laufen müssen. Und dann denke ich mir mal, werde ich erstmal eine Aufnahmepause machen und... Wir werden dann in der nächsten Folge sozusagen unsere Herzchen-Quest machen. Wir haben hier eine... Was, 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 was ist das hier? Euer Herold. Seid gegrüßt, mächtige Helden. Die Geschichte eurer Taten sind in allem Münde. Ihr habt erfahren, dass Catherine im Zwielichtsgarten Hilfe benötigt. Einem Nest der Anhänger des Albtraumhofes nördlich des Hains. So wie ich es verstanden habe, geht es dorthin, weil ein anderer Erstgeborener der Silvari Faolan... sich selbst zur Anführerin des Albtraumhofs ausgerufen hat. Und sich der Meinung ist, dafür verantwortlich zu sein... Ah ja, Catherine war schon immer ein Einzelgängerin. Schon als sie Faolan... Faolan... in den Hof verlor... äh... verloren und... verlor und später als die Klingel des Schicksals auseinanderbrach. Ich denke, sie versucht, neue Freunde zu mobilisieren, um gegen ihre Einstieg Verbündeten voranzugehen. Ich verbleibe euer Herold. Ja. Dankeschön für die Info. Wir lassen uns nochmal kurz anzeigen, wo das sein soll. Ja, okay. Da sind wir ja noch lange nicht. In dem Gebiet. Da sind wir ja noch... Alter, was war denn das jetzt? Wow, da fliegt ein Drache. Davon kriegt man Haare auf der Brust. Gerne, aber falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe schon Haare auf der Brust. Fuck you. Äh, Entschuldigung. Und was für schöne. Ey, hab ich gerade gewundert, was fliegt hier für ein Dix über mich. Drache. Na gut, ich beende jetzt aber erstmal und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht gegen den Drachen.